Frankreich brennt. Ich glaube, so kann man das Ganze wirklich ganz gut zusammenfassen, was dort gerade passiert. Diese Krawalle, Ausschreitung, wie es jetzt ein bisschen belächelnd, sag ich mal, in der Presse bezeichnet und betitelt wird, ist nicht passend dafür, was da eigentlich passiert. Und ich habe ganz große Befürchtung, dass wir solche Entwicklungen wie in Frankreich, auch in den nächsten Jahren in anderen EU-Ländern und speziell vielleicht sogar auch in Deutschland sehen werden. Und damit Moin zusammen, mein Name ist Olli, wenn du neu bist, lass gerne ein Abo da. Ich dachte mir, heute nehme ich mal ein Video draußen auf bei diesem wunderschönen Wetter. Ich habe zwar ein bisschen bewölkt, aber nichtsdestotrotz ist es angenehm gerade. Ihr könnt ja eure Meinung zu diesem Thema unbedingt mal unten reinschreiben, wer das noch nicht so mitbekommen hat. Es geht um eigentlich, der Auslöser war ja ein Jugendlicher, 17-Jähriger, der durch verschiedene Delikte auch wohl schon bei der Polizei bekannt war. Und grundlegend als Frage direkt mal vorweg, wieso darf man mit 17 Auto fahren in Frankreich? Das habe ich nicht verstanden. Also hat er sich deswegen vielleicht der Kontrolle auch entziehen wollen? Oder was genau war da der Hintergrund? Vielleicht habe ich da irgendwas nicht mitbekommen. Denn was ich gelesen habe, war ja der Ausschlag eben die Situation, dass der Junge erschossen wurde von einem Polizisten wiederum, der in der Situation keine andere Lösung gesehen hat, als dies zu tun. Denn der 17-Jährige ist vorher schon in einer Polizeikontrolle abgehauen und hat auf seiner weiteren Fahrt bis zur nächsten Polizeikontrolle, soweit ich gelesen habe, dann nämlich auch zahlreiche Passanten fast angefahren, umgefahren, alles Mögliche in dieser Richtung, also wirklich eine ganz, ganz große Gefährdung dargestellt. Was ich auch gelesen habe, sind zwei verschiedene Sachen. Einmal, dass er, wie gesagt, schon mehrfach straffällig geworden ist, Polizei bekannt war und auch mehrfach vor Gericht gestanden hätte. Auf der anderen Seite habe ich gelesen, dass das nicht stimmen würde, dass er noch nie vor Gericht gestanden hatte. Wenn ihr da mehr zu wisst, schreibt das gerne mal unten in die Kommentare rein. Über die Situation, dass das Ganze als Proteste, Krawalle oder Demos bezeichnet wird. Und, sorry, aber das passt hinten und vorne nicht zu dem, was ich da an Videos und an Bildern bei Twitter auch besonders gesehen habe, wo man es wirklich ungeschönt sich ganz genau angucken kann. Das ist wirklich eine Dimension unfassbar. Unfassbar, was da abgeht. Und ich glaube, das kann man eigentlich schon bürgerkriegsähnliche Zustände nennen, gewalttätige Ausschreitungen oder vielleicht auch einfach als Machtprobe. Machtprobe von dieser Klientel, die sich dort versucht beizumachen und guckt einfach, wie weit man gehen kann. Und dass das natürlich viele jetzt auch richtig ausnutzen, so muss man es ja sagen, ist natürlich ebenfalls immer wieder auch bekannt bei solchen gesellschaftlichen Ausschreitungen. Das heißt, jo, dann machen wir jetzt hier Plünderungen und Ähnliches, die natürlich auch immens stattfinden. Und dass man gegen eine Demo oder Ähnliches oder gegen leichte Krawalle mit 45.000 Einsatzkräften vorgeht, das steht so in keiner Relation. Deswegen muss man wirklich davon ausgehen, dass es hier viel, viel krasser ist. Und nochmal, ich habe wirklich ganz große Angst, dass wir eine ähnliche Entwicklung auch in Deutschland sehen werden. Wenn ich damit falsch liege, schreibt das gerne mal unten in die Kommentare rein. Und wen überrascht das? Wen überrascht jetzt diese Situation, das, was jetzt hier passiert, das haben doch zahlreiche Autoren 1996, ich komme gerade nicht auf den Namen des französischen Autors, schon vorausgesagt. Und genauso hat Thilo Sarrazin doch solche Entwicklungen ebenfalls in seinen verschiedenen Büchern vorausgesagt, wurde dafür auch aus der SPD rausgeschmissen. Und SPD und auch andere Politiker und Parteien in Deutschland sind auch ein gutes Stichwort dafür, dass man wirklich sagen muss, es wird dieser Elefant, der im Raum steht, nicht angesprochen, nicht klar angesprochen, was wiederum natürlich logisch ist, dass die AfD wiederum zahlreiche, sehr, sehr positive Umfragewerte dadurch erzielt, weil sie die einzige Partei ist, die sich gegen diese Situation ausspricht und gegen diese Auslöser dieser Situation und dementsprechend natürlich weitere Zustimmung erfahren wird. Und genau vor dieser Situation, nicht nur Sarrazin und andere Autoren, auch französische Generäle haben doch vor ein paar Jahren vor solchen Ausnahmezuständen schon gewarnt, dass es darauf hinauslaufen wird, wenn man jetzt, also vor ein paar Jahren, sich nicht mit der Ausgangssituation beschäftigen wird und dagegen vorgehen wird. Also, ne, Aktion, Reaktion oder logische Konsequenz aus der Sache, was jetzt die letzten Jahre passiert ist, wie sich verhalten wurde, was für eine Politik in Frankreich im Speziellen stattgefunden hat. Und weiter, was ja auch noch richtig, richtig krass ist, die Plünderung hatte ich ja gerade eben angesprochen, Das ist ja ein ganz, ganz großer Part, dass dann viele einfach sich so mitgezogen fühlen, sage ich mal dazu, um die Situation für sich persönlich zum Vorteil auszunutzen. Ja, da besorge ich mir jetzt mal neuen Fernseher, neues Handy, iPhone oder sonst was, weil man es jetzt gerade kann und nicht solche Konsequenzen mitrechnen muss, wenn man da in irgendeinem Geschäft mit 50, 100 oder sogar 500 anderen irgendwo reinprescht, in einem großen Technikgeschäft und dann die Sachen da rausholt, weil wenn du dann auch noch vermummt bist, wirst du nicht erkannt und ähnliches. Genauso natürlich auch diese brachiale Zerstörung, also was ich da in Videos gesehen habe, Leute, das ist schier unfassbar. Brennende Autos, zerstörte Straßenzüge, die wirklich kaputt sind, Fensterscheiben, braucht man gar nicht drüber reden, auch öffentliche Einrichtungen, dann auch öffentliche andere Sachen wie Laternen, Ampeln, da waren sie mit der Flex unterwegs und haben die Laternen und die Ampeln abgeflext. Also was da für Ideen gerade herrschen, das ist so unfassbar, was hier passiert. Das ist absoluter Wahnsinn. Präsident Macron hat sich mittlerweile auch dazu entschieden und mit Steinmeier, unserem Präsidenten, telefoniert und entschieden, nicht nach Deutschland jetzt zu kommen, obwohl diese Reise ja eigentlich schon circa ein Jahr lang geplant war. Und wir haben ja, ich sag mal, größeres Gesprächsbedarf, Frankreich und Deutschland, gerade in der aktuellen Situation. Olaf Scholz ist meines Erachtens nicht ein guter, ja wie soll man sagen, weltlich vernetzter Staatsmann. Das muss man Mutti wirklich lassen. Sie konnte das definitiv besser auf einem anderen Niveau als Scholz. Und dementsprechend hätte es Deutschland sehr, sehr gut getan, wenn dort gute Gespräche jetzt stattgefunden hätten mit Macron, dass der natürlich zu Hause bleibt und guckt, dass der Laden da ein bisschen aufgeräumt wird. Das denke ich, ist nur nachvollziehbar. Aber nochmal, dass es weiterhin in Deutschland nicht klar ausgesprochen werden darf und wird, was eigentlich die Auslöser dieser Situation sind, das wird in Deutschland die AfD weiter stärken. Und in Frankreich ganz klar Marie Le Pen, die ja im letzten Jahr noch die Wahlen verloren hat, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es 2027 sind, die nächsten Präsidentschaftswahlen, ganz, ganz anders aussehen wird, dass Frankreich sich dort umentscheiden wird, weil man dann die, ja, Schnauze auf Deutsch gesagt, voll hat von der Situation und eine Veränderung haben möchte, wieder zurück zu alten Werten, was sich über Jahrzehnte hinweg positiv, ja, entwickelt hatte. Und genauso jetzt nochmal der Haken zu Deutschland. Haben wir solch eine Situation nicht schon? Haben wir solch eine Situation nicht Anfang diesen Jahres in der Silvesternacht bereits gesehen? Was wir auch hier für wirkliche Ausschreitungen in Deutschland hatten, das hat seinesgleichen gesucht, wenn man es mal so nennen mag. Denn ich war seinerzeit in Köln in der Silvesternacht, war allerdings nicht auf der Domplatte, wo es wirklich so massiv eskaliert ist, sondern war auf einer der Rheinbrücken. Und es war auch krass. Es war wirklich krass. Ich habe so viele krasse Erinnerungen an diese Silvesternacht. Und das waren erst die zarten Anfänge davon, bin ich überzeugt, dass es in den nächsten Jahren noch viel, viel schlimmer werden kann, wenn wiederum die Regierung jetzt nicht richtig eingreifen wird. Aber ich sehe nicht, dass sie geplant hat, hier einzugreifen. Aber schreibt mal eure Meinung dazu unten rein. Meine Gedanken waren das dazu. Abonniert den Kanal gerne, wenn ihr neu seid. Bis zum nächsten und ciao.